Man hat in der Vergangenheit immer darüber spekuliert, inwieweit Fidel Castro selbst in der Santeria Fuß gefasst hat. Dass er eine Beziehung zu dieser Religion hat, steht außer Zweifel. Die Frage ist nur, wie groß dieser Einfluss ist. Manche gehen so weit, dass sie davon überzeugt sind, Castro sei selbst aktiver Anhänger dieser Religion. Andere gehen davon aus, dass er lediglich mit der Funktionsweise des Yoruba-Kultes bestens vertraut ist. Dass es sich dabei für Castro um ein wichtiges Thema handelt, zeigen folgende Ereignisse. Es war der 8. Januar 1959. Am Anfang der ersten politischen Versammlung von Fidel Castro in La Havana wurden auch mehrere weiße Tauben freigelassen. Eine von ihnen setzte sich auf die Schulter des Revolutionsführers und sie blieb dort während seiner gesamten Rede hocken, die bis Mitternacht dauerte. Die hingerissene Menschenmenge schrie mehr als eine halbe Stunde lang, Fidel, Fidel, Fidel. Im religiösen Denken der Kubaner, das vom Einfluss verschiedener Strömungen geprägt wird, ist die Taube das Symbol des Lebens. Bei seinem ersten Auftritt in La Havana ließ sich Castro als Retter feiern, der seinem Volk neues Leben geben würde. Das Leben in Kuba sollte sich in der Tat von Grund auf ändern. Schon einige Monate später war von der alten Gesellschaftsordnung nichts mehr übrig geblieben. Für die Santeros war die weiße Taube das untrügliche Zeichen, dass Castro von den Orishas dazu erwählt war, die Geschicke Kubas zu lenken. Denn für die Anhänger des Santeria symbolisiert die weiße Taube Obatala, bzw. die katholische heilige Wirchen de las Mercedes, den Schöpfergott. In jener denkwürdigen Rede sagte Castro unter anderem, Die Tyrannei ist besiegt, unsere Freude ist groß. Und doch gibt es noch viel zu tun. Täuschen wir uns nicht und glauben wir nicht, dass die Zukunft einfach werden wird. Vielleicht wird in Zukunft alles noch schwieriger werden. Es ist die erste Pflicht eines jeden Revolutionärs, die Wahrheit zu sagen. Das Volk zu betrügen, Hoffnungen zu wecken, die nicht erfüllt werden können, das alles hat immer schlimme Konsequenzen. Ich bin überzeugt, dass man das Volk vor einem zu überschwänglichen Optimismus warnen muss. Dies ist die Geschichte der weißen Taube, wie man sie gemeinhin kennt. Wenig bekannt ist jedoch der Bericht von Luis Ortega, der damals persönlich anwesend war. Er veröffentlichte diesen Bericht am 29. Dezember des Jahres 2003. Sein Zeugnis wirft ein interessantes Licht auf das ganze Geschehen. In Bezug auf das genannte Ereignis schreibt Ortega Das alles geschah vor nunmehr 45 Jahren. Viele von denen, die damals anwesend waren, sind heute entweder auf dem Friedhof, im Altersheim, in Miami oder haben das Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich noch sehr gut an jene Taube. Es war beeindruckend. Fidel Castro hielt eine lange Rede. Es war im Januar. Alle Kubaner waren damals außer sich. Wir haben auf dieser Insel nie wieder einen aufregenderen Moment als an jenem Tag erlebt. Tausende und Abertausende von Kubanern waren versammelt, um Fidel zu hören und zu sehen. Tagelang hatte er die Insel von Osten nach Westen durchquert und überall jubelten ihm die Menschenmassen begeistert zu. Auch viele von denen, die heute im Exil in Florida sind, haben damals wie wild in die Hände geklatscht. Die Stimme Fidels gab der Geschichte Kubas ein dramatisches Element. Es war für uns ein neues Gefühl der Freiheit. Die Demonstration hatte fast den Charakter einer katholischen Messe. Und dann, genau im spannendsten Moment seiner Rede, flatterte plötzlich eine weiße Taube um Fidels Kopf und setzte sich dann auf seine Schulter. Es war plötzlich totenstill. Dann durchzog ein Raunen die Menschenmenge. Es kann gut sein, dass sich in diesem Moment viele der Teilnehmer bekreuzigt haben. Hinter Fidel stand Luis Conte Agüero. Er hatte den Mund vor Staunen weit offen und schaute auf die Taube. Niemand begriff, warum Conte derjenige war, den das Geschehen offensichtlich am meisten überraschte. Heute aber kenne ich die Wahrheit, die dahinter steckt, und ich möchte sie nicht mit ins Grab nehmen. Was in Wirklichkeit geschehen war und was wirklich erstaunlich ist, ist Folgendes. Conte Agüero sah die kubanische Revolution als etwas ganz und gar Außergewöhnliches an. Für ihn hatte das schon fast Offenbarungskarakter, ja göttliche Züge. Und so bereitete er sorgfältig etwas vor, das dem Einzug Fidels in La Havana so etwas wie eine göttliche Dimension verleihen sollte. Er hat zunächst einmal mit niemandem darüber geredet. Er hatte eine Taube extra darauf trainiert, sich im geeigneten Moment auf Castros Schulter zu setzen. Conte Agüero sah sich gewissermaßen in der Rolle des Priesters der Revolution. Conte Agüero wollte Fidel Castro überraschen. Es war eine interessante Idee. Diese Taube, die von ihm trainiert war, sollte die Bedeutung der Revolution symbolisch unterstreichen. Es sollte so etwas wie eine göttliche Begegnung werden, wie ein Stück Evangelium für alle sichtbar. Er wartete bis zu diesem Augenblick, in dem die Zuschauer unter der Rhetorik Castros fast in Trance verfielen. Vor ihm stand nun gebannt die Menge und hing an Castros Lippen. Die Stimme Fidels war schon heiser. Die Hurrarufe und Beifallsbekundungen der Menge ließen ihn kaum zu Worte kommen. Genau in diesem Moment ließ Conte Agüero die dressierte Taube fliegen. Ganz hingerissen verfolgte sein Blick, wie sie sich in die Lüfte erhob. Gleich würde sie wieder herabkommen und sich auf die Schultern von Castro setzen. Und die Leute wären hingerissen. Doch nichts von all dem geschah. Die Taube von Conte Agüero flog auf, zog ein paar Kreise und verlor sich dann irgendwo in der Ferne. Ein Seufzer entfloh dem Mund von Agüero. Die Taube hatte ihn sozusagen reingelegt. Doch in diesem Moment passierte etwas wirklich Unglaubliches. Es erschien plötzlich eine andere Taube aus heiterem Himmel und setzte sich auf die Schulter Fidels. Diese neue Taube war noch weißer und schöner als die von Conte. Und genau das hat den Mann dann wirklich fast umgehauen. Es war eine undressierte Taube. Und es war ganz anders gekommen als geplant. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Die Revolution ist jetzt 49 Jahre alt geworden. Doch kurz nach diesem Ereignis hat Conte Agüero beschlossen, ins Exil zu gehen, um sich ganz dem Gesang zu widmen. Die weiße Taube wird in der afrokubanischen Yoruba-Religion mit dem mächtigsten Orisha in Verbindung gebracht. Ist das alles nur Spinnerei? Legendenbildung? Manchem rationalistisch geprägten Beobachter mag das durchaus so vorkommen. Aber man sollte dabei nicht vergessen, dass es nicht so entscheidend ist, ob und wie sehr Castro mit der Yoruba-Religion verbunden ist, sondern dass ein großer Teil der kubanischen Bevölkerung das Ereignis im Sinne dieses Kultes verstanden hat.